Du wartet noch kurz und macht sie jetzt alle weg. Okay, in die Mitte gehen, Boss töten. Boss töten. Ich bin zu früh gelaufen. Oh, ich auch. Und jetzt alle in die Mitte, war gut. Doch, einer lebt, einer lebt. Okay, der Letzte darf dann die Boss töten. Dann darfst du das auch anziehen, oder? Ja, du darfst du die Waffe anziehen. Wenn die Waffe kann er anziehen. Aber die Anfrage war gut. Ich hab mal gesagt, dass der nicht größer ist. Ja. Ist das er oder was? Ich muss aber wirklich sagen, ihr habt blindes Vertrauen in dich. Es hat euch den Erfolg gemacht. Und gezett an Terra, das war der Letzte Erfolg für dich anscheinend. Ja. Danke. Aber ein folgsames Grupp.